Ich muss Ihnen das jetzt alles übergeben. Ich bin so sauer, dass in Salzburg jetzt keine einzige Antiterror-Ratia stattgefunden hat. Zitat Ende. Junge radikale Islamisten posieren hierfür Handybilder in österreichischen Wohnungen vor Flagen des islamischen Staats IS und vor Fahnen mit Kampfsprüchen. In ihren Händen halten die Burschen Sturmgewehre, auf dem Couchtisch haben sie Kalaschnikows Munition und den Koran für ein Handybild arrangiert. Und vor dem Bücherregal reiht einer der Terrorfans seine Waffensammlung auf. Scharfschützengewehr, AK-47 Sturmgewehr und eine Panzerabwehrwaffe. Da sind brutale IS-Videos zu sehen. Videos von Terroranschlägen, etwa auf die Redaktion von Jali Ebdo. Das macht einen fassungslos, erklärt der Verfassungsschutzmitarbeiter. Und er kritisiert auch scharf die Justiz. Zitat. Die massive Ausrüstung der hier unter uns lebenden Islamisten wird von der Justiz quasi mit Fernsehverbot bestraft. Wenn wir diese Personen anzeigen. Zitat Ende. Die Strafen werden viel zu mild. Meist setzt es nur bedingte Gefängnisstrafen. Die Terrorfans können dann einfach weitermachen und ihre Kontakte zu anderen Islamisten wieder intensivieren. Zwei Bilder sind besonders beunruhigend. Auf diesen Aufnahmen sind Islamisten zu sehen, die auf einem österreichischen Schießstand trainieren. Offenbar haben diese Verdächtigen sogar eine Waffenbesitzkarte, mit der sie ganz legal dort trainieren können. Die Fakten zu der bisher größten Polizeiaktion gegen die Islamisten-Szene in der Zweiten Republik waren beeindruckend. Wie berichtet, stürmten Kobra-Teams und Vega-Polizisten am 9. November 60 Wohnungen und Vereinslokale von Terrorverdächtigen. Tausend Polizisten waren im Einsatz. Der Verfassungsschutzexperte erinnert sich. Das war natürlich gut, dass überhaupt einmal etwas passiert ist. Aber diese Gruppe hatte eine Woche Zeit, alles zu verstecken und wegzubringen, was sie belasten könnte. Laut dem Verfassungsschutzexperten hätte die Großratia eigentlich schon in der Nacht vom 2. auf den 3. November stattfinden sollen. Allerdings zog in dieser Nacht der 20-jährige Islamist und Attentäter QITIMF durch die Wiener Innenstadt. Der Termin der geplanten Polizeigroßaktion dürfte verraten worden sein. Bleibt zu hoffen, dass es eine Kursänderung der Justiz gibt. Es wird bereits an einem grundsätzlichen Umbau des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gebastelt. Der schreckliche Terroranschlag am Abend des Allerseelentags hat die Modernisierung wesentlich beschleunigt. Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP präsentiert bereits einige Details, die zukünftig die Arbeit des BVT erleichtern sollen.